unsere e-mailer uns was erzählt professor doktor immer an neu ist professorin an der hochschule münchen für interkulturelle kommunikation auf der webseite werdet ihr einige vorträge von ihr finden oder impulse von ihr finden weil sie öfter dabei war bei ihr ist es eindeutig die freude an neuen neugier neuentdeckung das motivierte sie auch nach dem studium der romanistik mit französisch spanisch katalanisch sowie politikwissenschaften in paris sich mit der doktorarbeit zu widmen die wieder hochaktuell wurde gerade in der unabhängigkeitsbewegung von katalonien letztendlich fließen ihre wissenschaftliche befähigung beschäftigung immer ihre einzigen und der jetzige empathischen seminare ein was will sie uns heute erzählen also ihr thema ist ich fand den zufall weil mich der zufall fand die frage ist wie wäre es für sie denn ihre intuition die botschaft hinter dem zufall verstehen würde wie wäre es wenn er eine antwort auf die eine oder andere frage darstellt die bühne sein ja vielen dank lieber video auch für deine ausführungen und einen schönen guten abend an euch alle ich greife gleich mal auf was du gesagt hast video nämlich zufall sozusagen in der forschung oder im berufsleben also ich glaube es ist so oder ich bin überzeugt wenn du sehr an einer sache interessiert bist und mit dem herzen begeistert bist dann eröffnen sich die dinge die du vorher nicht hast planen können also ich war ja eben in barcelona damals in 70er jahren und habe geforscht über das das ganze thema des katalanischen letzten endes nationalismus und dann habe ich unveröffentlichte manuskripte gefunden die in im keller ja einfach ungeöffnet noch da waren und zwar für einen dichterwettbewerb die sogenannten blumenspiele und mich hat das sehr fasziniert was haben da die menschen geschrieben welche texte haben sie eingereicht was wurde prämiert und hat sich mir diese kiste geöffnet gezeigt erst mal und ich war natürlich ganz begeistert da was gefunden zu haben war das zufällig nicht ganz also ich glaube dass der zufall etwas ist was du als zufällig empfindest wenn du aber mal genauer hinschaust gehört etwas ganz wichtiges dazu nämlich du hast dich mit einer frage oder einem thema sehr beschäftigt und dann kommt dir etwas zu es fällt dir zu aber weil deine energie kann man sagen oder deine aufmerksamkeit schon in diese richtung gelenkt worden ist und dann passiert etwas im außen was du nicht hast planen können also der zufall ist nichts was so im großen und ganzen als zufall interpretiert werden kann sondern es folgt einer bestimmten logik also der logik meiner aufmerksamkeit und meiner achtsamkeit ich kann auch noch einen kleinen fall erzählen aus dem alltagsleben jetzt mit den sieben minuten müsst ihr mir sagen wenn man ins plaudern kommt es immer schwierig also ich hatte einen kleinen konflikt mit einer guten freundin und es hat mich wirklich sehr viel an überlegung auch gekostet was mache ich rufe ich an bin ich böse melde ich mich nicht naja ihr könnt euch vorstellen ja dann bin ich also an mein fahrrad gegangen was vor dem haus stand und da war ein großer luftballon mit kinderschrift einladung zum kindergeburtstag kommst du melde dich ruf an ich las das ruf an das hatte nichts mit meinem mit meiner frage wenn du so willst zu tun das war eine kinder einlagen ladung und doch plötzlich wusste ich das ist wie eine botschaft ein zeichen ruf an habe ich gemacht habe ich angerufen und die ganze geschichte hat sich als ein missverständnis herausgestellt also zufall ist wenn wenn etwas passiert was nicht ursächlich mit deinem thema zu tun hat was aber in auf nicht erklärbare weise manche sagen auch magische weise sich mitteilt in form von aufmerksamkeit achtsamkeit und dann passiert was im außen und dein impuls oder deine intuition sagt die ja ganz plötzlich das ist es das ist die antwort oder das ist jetzt das was ich gebraucht habe im fall der forschung also du hattest vorher die aufmerksamkeit und du bist voll spannung und präsenz das ist auch noch ein wichtiges wort ich bin ihm hier und jetzt ich hätte ja den luftballon auch wegschmeißen können und sagen können was ein quatsch was stört hier mein fahrrad ja also der zufall ist etwas was ich so empfinde und was als antwort dann mir zukommt bloß was ist die antwort nicht nachdenken nicht groß grübeln das führt völlig weg es muss sofort sein ich habe sofort sozusagen eine innere stimme intuition wissen was immer ihr sagen wollt und das sagt mir das ist ein weg oder dass das wäre jetzt angezeigt ob ich das dann mache zum beispiel meinem in meinem alltags beispiel das ja das liegt an mir ich in dem fall habe ich tatsächlich angerufen weil mir das sehr plausibel erschien aber ich bin immer frei zu sagen es ist eine möglichkeit und in jedem fall ist es eine quelle der freude also wenn ich präsenz bin präsent bin wenn ich präsenz im hier und jetzt habe das heißt ich bin achtsam ich nehme wahr was um mich rum ist ich bin da und nicht im gestern und nicht im morgen sondern ich bin da dann nehme ich dinge war und dann kann ich etwas auch als zeichen video sagtest du ja auch und als botschaft entschlüsseln was sich mir im außen gezeigt hat und ungewöhnlich gezeigt hat also ich kann auch nicht hergehen und sagen ich habe ein problem jetzt lasse ich mal den zufall die antwort finden also so geht es auch nicht aber das ist ja gerade das spannende das ist wie ein spiel ich gehe raus ich bin offen ich schaue was passiert und wenn ich glück habe zum beispiel dann wow ja dann dann habe ich die antwort oder das was ich worauf ich eigentlich aus war wobei meine herzenergie ohnehin die stärkste ist also mein kopf kann ich da überhaupt nicht einsetzen dann ist es ein bedeutungsvoller zufall und der autor der das auch in die wissenschaft gebracht hat ist der psychoanalytiker karl gustav jung sehr interessant seine fall beschreibung und der lässt es auch zu als erkenntnis weg aber in jedem fall meine mein credo oder auch mein impuls seien sie ihm hier und jetzt und schauen sie einfach was passiert und wenn es da einen tiefen klick macht auch das hat was mit dem und dem zu tun was mich beschäftigt hat dann freuen sie sich dran gehen dem nach und dann kommt vielleicht was neues oder sie nehmen das als eine gewisse handlungs ja logik handlungs impuls insofern der zufall fand mich weil ich offen war dafür und dann kommt es auch und das ist das schöne spielerische und der mensch ist ganz im spiel mensch altes wort von schiller und das mal einfach so auszuprobieren einfach loslegen würde ich dazu sagen so weit mein thema impuls ich hoffe ich bin in den sieben minuten ja ich bin